So, und nachdem ihr nun alle als verstrahlte Objekte zurückgekehrt seid, zu der Map 4 von Episode 1, begrüßet euch. Gott, ihr strahlt ja heute so. Ha! Ich hab noch nie so ein strahlendes Lächeln gesehen. Omega. So. Alter, das sieht ja mal geil aus. Das hat schon was von diesen LED-Beleuchtungen. Das sieht echt nice aus. Ganz ehrlich. Das sieht sowieso alles so geil aus. Vor allen Dingen auch, achso, ist ja alles selb. Ah, Entschuldigung. Ich wollte grad mal Licht ausschalten, aber das ist ja grad hier gar nicht mein Licht. Ich hab ja gerade auch so diese ganzen dezenten Beleuchtungen. Ich find's einfach ultra geil. Ich hab ja gerade auch so geil aus. Können wir hochgehen? Geht doch! Das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Perfekt. Na gut. Komm ich ja später eh nicht mehr an. Von daher. Das sieht gut aus. 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 That sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, noch ein paar Raketen eingestrichen, die können wir uns jetzt auf den Weg zu dem Secret machen, oh, da nehme ich auch noch mit, so, oh, die höre schon noch geil, na komm, gut, so da würde ich mal sagen, geht nur noch lange in Richtung Ziel wobei meist jetzt kommt man erst mal zu gucken, wo das Ziel überhaupt ist ok da würde ich mal sagen, dass ich zu dem Thema mindestens zwei Runden habe ich jetzt nochmal geschafft ich glaube man mehr wird nicht, weil es getroffen ist schon wieder hell, also es fängt aus dem Anhalt zu werden damit wird es so hell, dass ich beim Betrachten des Bildschirms feuchte Augen bekomme und es ist immer ein Anzeichen dafür, dass es anstrengend wird fürs Auge wo man die durchrechnend aufhören sollte haben wir es gespeichert? Ja, haben wir von daher, wir haben jetzt nochmal zwei Levels geschafft wir waren gar nicht mal so schlecht dann würde ich jetzt mal bei mir das Lichter machen und dann anfangen mit Back to Saturn weiterspielen wie gestern Annika nicht die Hälfte haben wir durch da wird eins bis vier geht, die restlichen vier kommen dann gucken wie ich heute Abend schaffe morgen ist er wieder schwule von daher, mal schauen Schauen mit V schael schau